Servus meine lieben Sportheldfreunde. Mein heutiger Tipp des Tages führt uns nach Vargem in die belgische Jupiler Pro League. Im Spiel zwischen Vargem und Löwen bin ich auf über 3,0 Tore zu einer Quote von 1,93. Weitere Tipps findet ihr auf meinem neuen Telegram Kanal. Den Link habe ich euch unten in die Kommentare gepostet. Und wenn ihr eine 10 Euro Gratiswette haben wollt, dann registriert euch noch heute bei Neobet und gebt bei der Anmeldung den Promocode SGS10 ein. Viel Erfolg mit dem Tipp, wir sehen uns morgen.